Guck mal ran hier, Meter. Was sind die Objekte? Was? Bei mir? Tatsächlich. Auf so einem Schildchen. Äh, achso, da oben. Haus Panthea. Ihr Käpt'n, lieber. Nimm das gute Stück. Ich hab' mal eine ganze Rüstung. Ich bewundere eure Prinzipien. Aber es ist klar, dass Organa keine Hilfe für das anbietet, was dem Haus Panthea am wichtigsten ist. Gebt mal alle raus. Martin ist raus. Also der ist nicht im Gespräch. Wollt grad klicken und dann war's weg. Lauter. So. So. Oh, nee, warte mal. Oh, nee. Kommt ein bisschen weiter. Da. Bleibt. So. Käpt'n, ich bewundere eure Prinzipien. Aber es ist klar, dass Organa keine Hilfe für das anbietet, was dem Haus Panthea am wichtigsten ist. Ihr müsst nicht versuchen, das Haus Panthea wieder an Tool-Allianzen zu verkaufen, Tüftler. Aber wer ist das? Was hat eure Gruppe mit dem Käpt'n... Wer ist das? ... Ergötzt zuerst eure Augen... Ergötzt zuerst eure Augen. das ist nicht gerade die diplomatische Art um ich verstehe wenn die Katzen da schon wieder sie das Leben jedes Mannes hier und noch mehr wird kann vielleicht das eure hochgelobte Neutralität beeinflussen das Imperium und das Haus Thule geben euch der Symbolismus entgeht mir nicht Tüftler aber diese Krone hat nie ohne erhebliche Kosten den Besitzer gewechselt was verlangt ihr für die Krone eine Allianz oder nur ein Geschäft fünf Millionen Credits kannst du ja nicht tragen das ist nur 350.000 das geht aus teuren Kunde ja aber was ist mir gibt mir Credits bis ich Hals sage braucht eine Panthea Allianz und eure Loyalität zu unserem Imperium ihr haltet weder Credits noch Krone in euren Händen Tüftler Tüftler wie ich hier sehe sind viele Mäuler und viele Verpflichtungen es ist gerecht wenn diese Gruppe finanziert wird glaubt nicht dass diese Unabhängigkeit vom Imperium unbemerkt bleibt Müsst ihr immer so viel rumlabern ey gib mir einfach fünf Millionen und gut ist dann ziehen wir wieder von dann ansonsten gibt's auch das Maul geht doch fünf Millionen Dankeschön assinierend so das war's ne wo startet denn jetzt dieser Bonusbereich ne denk mal da unten oder beim Königspass irgendwo scheiße das hätten wir vorher mal gucken müssen Bonos? es gibt ja auch Bonos ja aber ich weiß nicht wo der startet der startet meistens in der Karte also wenn du zurück willst dann gibt dir ja einer die Quest wenn du am Hangar stehst meistens ja? naja da steht dann immer so ein Typ der sagt dir dann ja dass es hier noch ein Quest gibt da steht ja immer Bonusquest okay dann zurück zum Raumhafen äh kannst du schon wieder Schnellreise machen? ja klar du nicht auch ja klar zurück zum Raumhafen ist doch jetzt für immer freigeschaltet das sind der Raumhafen ja stimmt alles alles vercasualt hier Hauptsache die Spieler kommen zurück äh wie? also du kannst immer die ganze Zeit Schnellreise machen oder was? also dieses Geld was man im Vernichtnis ausgegeben hat ist äh umsonst so ein Biss ja final ist das denn bitte das richtig behindert naja da ist ne man muss alle 4 Minuten warten bis man ne Schnellreise machen kann also immer geht der nun wirklich nicht alle 6 Sekunden bei mir ja mir auch mir auch okay ja dann bringt es doch was im Vermächtnis ich hab 6 Minuten äh 4 Minuten im Timeout ja dann hast du weil wir da im Vermächtnis äh verringerte Abklingzeit gekauft haben damals da wieder rumgecheatet ja ja aber damals hat es noch richtig was gebracht ich glaub das ging normal nur eine Stunde oder so eine Stunde das war nur eine Stunde so immer eine Stunde äh bei uns ging es jede 20 Minuten glaube ich bei uns äh Trainer konnte man damals wo es die ersten Dailies noch gab konnte man die perfekt machen und dann wieder zurückreisen oh ja ich auch wenn man sich das geholtert hat und was? Trainer Ausbilder wo war denn der Ausbilder nochmal hier? wo ist denn der Ausbilder? wo seid ihr denn schon wieder unterwegs? Farkade und dann links Farkade da zückt der ohne Vorwarnung die Kade leider ist er mir nicht sichtbarer Ausbilder gibt es hier keinen für mich? was ist denn äh mit der Quest? ah Ausbilder oder wo wir auch sind da wo wir auch sind warum mach ich eigentlich gar keine Geräusche wenn ich nochmal so so ein so ein Pimmelgeräusch irgendwie gehen das musst du richtig riss riss rmass ach das dass ich ist Thank Sie knatschen musste das ist so'n Schleichen so'n Tatscheln des Kundes Bodens nicht ausbilder getten Jäger Steh dir nicht Kopfgeld Jäger Ich habe nix Ich hab auch nix zu trainieren, leider Schade, hat sich ja gelohnt Wieder zurücklaufen Aber ich hatte nur ein paar Krüppeln Sechs Sekunden sind ja schon wieder um Dann kann ich auch wieder schnell Reisen machen Was, jetzt der Plan? Zurück zum Schiff, oder was? Geht's zurück zur Mission? Aber ich hab keine Ahnung, wo man die kriegt Die König-Macher-Quest, oder was? Ja, das sind nur die H2s So, da weiß ich auch nicht Weiß ich auch Ja, dann machen wir erstmal weiter Jetzt rum suchen wir hier Das ist ja Verschwendung der Zeit Dann mach ich jetzt erstmal mal ne Klass-Quest Ist da ein Raumschiff drin, oder nicht? Welche Seite? Rechts oder links? Dann muss ich irgendwo hinfliegen, wa? Dann würd ich sagen, erstmal zurück zur Flotte Dann machen wir erstmal Flash-Points, oder was? Kann ich auch sagen Doch, das ist ein Plan Das ist ein guter Plan Da ist es ein Plan Ja So, ich muss nur hier mich zurechtfinden Warum ich denn hier jetzt wieder weg? Ach, ist doch alles kompliziert Das ist so schön Kann man nicht mal auch in sein Raumschiff reinreisen, irgendwie? Reinreisen? Ja, mit so einem Raumschiff Gibt's das nicht? Die Flottenpass ging nur zum Ja, es gab aber glaube ich mal eins Da könnte man in sein Raumschiff rein Vielleicht kann man sich ja so ein Liebendings kaufen da Aber so ist eben die Natur unseres Geschäfts Mein Meister möchte sicher sein Dass es zwischen euch und ihm keinen Groll gibt Ein Wohlwollens teuer Ich bin leicht erregbar Aber mit Krass Mein Meister hat das vorhergesehen Bitte nehmt dieses Friedensangebot an Nochmal 5 Minuten Das ist geil Ja, dann gibt mir das Geld auch Aber wir beide dürften ja wissen Was man von Taroblats Regen halten kann Tschüss Bis zum nächsten Mal Oh, meine Marco ist immer noch nackt Geil Mach ihn nackt Beste so Ehm Kann ja nicht so rumlaufen Also ich hab hier Flashpoint Artis hab ich schon wieder hier Artis haben wir schon Diese Intro-Mission da Er meint, mach das mal Das haben wir schon gemacht Artis haben wir schon gemacht Wahrscheinlich wieder zurückgesetzt worden Ja, die haben wir ja schon gemacht Du kannst immer wieder machen, eigentlich Ja, ach so Richtig Deswegen, also die wird immer wieder neu angezeigt, wenn du die annimmst auch Das waren die letzte, die wir gemacht haben Kade Mimo, glaube ich, ne? Ja Okay Erstmal muss ich hier noch mit irgendwem quatschen Wer will denn hier schon mal was? Bio-Scan läuft Der Dura-Stahl-Duke Bestätigt Das ist mein Rauch, ich hab' ich reich so in Erinnerung Der Dura-Stahl-Duke Gibt es was Neues von der Konkurrenz? Es wurde bestätigt, dass Iridusan vor Wochen im Schlaf disqualifiziert wurde Markus auch, nein Willkommen zur letzten Runde Kontaktiere deine Beraterin, wenn du bereit bist Viel Glück bei der Jagd Ich werde Christa nicht warten lassen Ich glaube, die Entscheidung hat sie euch gerade abgenommen Jemand versucht euch zu kontaktieren Ich weiß, wer ihr seid, Jäger Ihr seid die Konkurrenz von Taro Blatt Gerade jetzt sind Karos Freunde auf dem Weg, nach der Daten zu überlegen, wie sie euch ausschalten können Falsche reingegangen Kannst ja nur in ein eigenes Treffen So, kannst auch in eure Reingegangen Ich bin ja scheiße gemacht Mein Name ist Hedar Soong Vor langer Zeit euch ein Champion der großen Jagden Die Rettungskraft ist momentan nicht verfügbar, warum wir nicht? Jungen, mein komischer Gefährte, hier wird die ganze Zeit mal reden Hä, ich kann doch nicht mal rausgehen aus deinem Schiff, warum ist der nicht? Mir gefällt eure Denkweise Es gibt nichts Schöneres als das Blut eines Feindes Bitte, du bist ja nicht in meinem Schiff Bin ich nicht, aber irgendwer ist doch mit Nee, ist mein Gefährte, der hier rumkühlt Was ist, dass wir einer von euch Zeigt ihnen, was es bedeutet Was dein Gefährte ist auch hier drin Das war Hedar Soong Ich fasse es nicht Ist er einer deiner Helden? Ah, das habe ich nie schon wieder gemacht für Kack Boah, mein Lagerraum, ey Ich brauche noch einen Sparrow, ich habe hier noch 70 Er hatte eine erstaunliche Karriere Die meisten verrückten Kopfgeldjäger-Geschichten sind ihm zuzuschreiben Er ist die wahre Verhandlungung eines Schiffes Ich kenne den doch, der ist doch jemand, den kenne ich doch hier Wenn uns Sung helfen will, sollten wir es ernsthaft in Betracht ziehen, diese Koordinaten anzusteuern Im Kampf, ach verdammte Scheiße Geil Ach so Volk abgeschlossen, Königsmahr für einen Tag Ein paar Mienzerstörer Wer ballert denn hier rum auf meinem Schiff, Ruhe hier Ja, das bin ich Ich bin mit diesem Kriegsdummy angegriffen Jetzt kann ich nichts machen Wenn ich im Kampf bin Das soll sowas ja Mann, Mann, Mann Oder wollen wir erstmal Story machen, weil ich muss nach Nasha da Kriegen wir das jetzt hin hier, das ist aufhör zu schießen So anfangs, äh, Platz zum Anfangspaneten muss ich jetzt Ja, dann machen wir das erstmal, dann wird das hier eine Story-Folge Das ist eine Kacke Nehmen, vielleicht spotten wir einen in eins Äh, wo ist denn nochmal Nasha da Kann ich in meinem Gefährtenbefehlen aufhören, rumzuschießen Ist mir egal, ich verpiss mich jetzt hier von dir Oh, passiv gestell Samte Kacke Piss dich, Mann Tschüss Nein, ich kann nichts machen Du kämpfst eigentlich in meinem Hangar Ja, weiß ich nicht Unverschämtheit Wenn ich mir wieder irgendeine Scheiße mache Was zum Teufel, du stehst ja auf meinem Schiff Und treffst dir irgendwie einen Trainings-Dummy Wow Jetzt kann ich halt nichts machen, wenn ich im Kampf bin Lass mich in Ruhe, ich gehe raus, tschüss Oh nein, ich brauche nicht raus Was soll denn das? Machst du so eine Randale auf meinem Schiff Ja, wie kriegst denn das? Hä, wie kriegst denn das da auch nicht? Komm nicht raus Oh, Martin, ich komm nicht raus Ja, ich auch nicht Wie sollt ihr denn nicht aufzuschießen, dieser Wu an? Und der SML60, die kann man gar nicht kaputt machen Oh, der kann man doch nicht So ein Trainings-Dummy Ja, du musst den auf Passiv stellen Unten links hast du so eine Steuerung Da ist ein Skill von, ist auf Passiv Ich glaube der ganz linke Den anklickst, hört er auf So, ich tick den Typ jetzt an und an Du musst ja unten so ein paar Skills haben Und der ganz linke davon, ganz anklingen Du musst ja aufhören Weil das ist der Passiv-Modus Dann folgt er dir nur Oh, Maul War ich gefallen Ja, das ist interessant Dass ich auch nicht auskomme Mann Jetzt hör auf hier Was kann ich denn sagen, dass der aufhört zu schießen? Warte mal Wir machen das ganz einfach So Ich bring den jetzt einfach um Den Uhren Ja, bring ihn um Mach irgendwas Ich weiß nicht, was ich machen soll Kann man nochmal die Waffen oben rein posten? Kannst Oh, es geht nicht, weil du schon kämpfst Warten, Mann Was hast du denn mit dem Karten? Noch kurz gucken Jetzt ballert er echt die ganze Zeit Ich weiß nicht, wie ich das nicht machen soll Ja, unten links muss der angezeigt werden Sein Bild Und da sind auch Fähigkeiten dran Nein, das einzige Bild, was ich sehe, sind die von euch Hä? Du meinst so ein Gruppenbild, ne? Wo er eine Gruppe auftaucht Ja, eigentlich muss Nee, da sind nur ihr drei Drück mal N Drück mal N Kannst du den einpacken, den Typ? N? Ja, N Du fährst ihn fortschicken Du kannst ihn nicht fortschicken, du bist im Kampf Ooooooooh Ooooooh Aber eigentlich Geh mal Wollen aus Wahrheit, kann ein Kampf nicht wechselt werden Warte mal Schmeiß ich mal aus der Gruppe Was ist denn da? Ja, perfekt, dann wirst du ihn nämlich rausheben Ja, das ist noch Ja, so machen wir das Mann, 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 Mann Leute, sag mir mal, wie das geht Was? Ich poste mal nochmal Sachen Ach so, in den Chat klicken Ja Dann alt und draufklicken Ja Links oder rechts? Okay, vier Sekunden werde ich rausgeschnitten Links Aui Du hältst den Verkehr auf, Mann Oh, weg bin ich Oh, Mann, durch Ruhe Oh, Mann, ja Schön Unerwartet Das passt das ungefähr Das ist, wenn man Sachen macht, wo man keine Ahnung davon hat Dann passiert da sowas Passt das am wenigstens ungefähr mit der Folgenlänge Hast du gut gemacht Schön künstlich in die Länge gezogen Mit Unwissenheit Hier wird da nichts angepostet Also Steuerung links, also alt und Steuerung links macht da immer gar nichts Ne, ohne Steuerung Äh, äh, alt und links meinst du Ne, du musst vorher mal ein Chat klicken, ne Ja, bin ich Was du ein Chat schreiben willst Und dann Äh, alt Links klick Auf das Item drauf Macht aber mir nicht, er nimmt das Item ganz normal auf Was, ich shift, links klicken? Ja Brauchst du das mal an? Ja, stimmt, shift Genau Er ist in gesperrten Sammlung Guck So, ich bringe jetzt erstmal den Typen um Hoffentlich Guck mal an, guck um, äh, Michi Das heißt, wir machen jetzt doch im Mund Willst du erstmal weiter? Ja, ich bin gleich da Kann doch Michi gar nicht aufnehmen, oder? Ist doch episch Ich muss erstmal mein Holo-Gespräch machen hier Ach, jetzt erkläre ich mein Schiff auf VIA Das ist jetzt auch ein anderes Was hat aber auch was, ne? Cybergewehr Die Vorrichtung davor Ja Ich weiß nur nicht, ob ich das mit dir handeln kann Das hab ich noch in meiner Bank gehabt Also mit dem Tor ist das noch drinne Ich hab ja fünf Rampen voll Ich hab ja in der Sammlung gesperrt Wird beim Ausrüsten gebunden, müsste handelbar sein, ja Wenn du es noch nicht ausgerüstet hattest Kann ich ja, ich hab ja keinen Sniper Dann geht's auf jeden Fall Aber ich glaub Michi kann's ja nicht anlegen, ne? Weil er halt kein Abonnent ist So Krampen voll Den Heilen des Elysiums Ein Arschhatter, Mensch, das waren noch Zeiten Das ist gar nicht mal so lange her Zwei Jahre Wenn ich schon mal Doch, oder? Ah, schade Ja, doch, klar Ja, das ist fertig gemacht, ja Selbst Datacons Ach, stimmt Die Datacons Haben wir die eigentlich schon gemacht Auf all der Rand? Ja, die wollten Wir wollten jetzt immer so machen Dass wir den Planeten erst fertig machen Und dann das machen Ah, ja, stimmt, stimmt Genau Dann halt da wirklich fertig In der Ruhe da rumlaufen können Stimmt, stimmt Ja, weiß das Und Erik Wir sollten mal angucken Noch mal, wo die Ja, das machen wir dann Die Bonusreihe fehlt ja auch noch komplett Dann treff uns erst mal auf den Plattenschutzpunkt Ja, mach erst mal deine Klassenquests Du musst schon auch irgendwo hin, oder? Wir müssen halt rum und Kars zurück Ja, dann mach das erst mal Wir müssen hier auch Ich, Erik und ich müssen dann Nachschatter Michi muss auch irgendwo hin Mutter Mutter Kutter Mutter Exchange Ah ja Dat war noch wat, do Dat war noch wat War nicht übelstark Exchange Ja, da gab es irgendwelche Heldenquests auf jeden Fall Taghund 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 Halsabschneider Eliminator Transporter Und Datensammlungsdroide Oberer Industrie Sektor Was, 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 was Ich bin gespannt, was für ein Flashpoint danach jetzt kommt Oder was jetzt ansteht Ja, ciao Ciao Klassenquest Level 12 Nie verkehrt Was? Klassenquest für Level 12 Ja, die Gegner hier ist Level 12 Hä? Mal in Klassenquest-Bereich Klassenquest Dann gebe ich für Level 46 Und gibt 30.000 Erfahrung Ich kann nicht Wir haben Brayden auf Hutter erledigt Brayden Was verdammt nochmal macht ihr hier? Ach egal So müssen wir euch nicht erst hinterher Wir sind hier in der Regel Level 22 Halte dich zurück, Seedin Eine Frage der Ehre hat uns heute hergeführt Also werden wir uns auch ehren Ja, die nochmal so hoch, ey Kommander Was geht hier vor sich? Kommander Wir haben diesem Jäger eine Blutschuldsäge Und bevor ich sterbe Möchte ich sehen Wie zumindest einer meiner Schüler bekehrt wird Das waren wohl nicht eure Musterschüler Vielleicht waren sie das einmal Jetzt sind wir Wir greifen mich die ganze Zeit an Steht immer nur Absorbiert 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 Taro hat sich an euren Codex gehalten, Commander Er wollte euren Weg gehen Und die anderen haben ihn niedergerissen Wie ein Rudel wilder Tiere Daraus hat er gelernt Und dieses Mal wird er uns an die Spitze führen Taro tut das nur aus vollem Solz Warum begreifst du das nicht? Manche Leute bevorzugen den einfachen Weg Taro ist für sie eine Abkürzung zum Ruhm Ich glaube, ihr habt recht, Jäger Ein Chaos-Duell wird diesen Streit schlichten Ein Kampf bis zum Tod Fordert Sedin heraus Ein echter Mandalorianer muss zustimmen So könnte ich nur einen von ihnen töten Ich möchte mir nicht den ganzen Spaß entgehen lassen Ihr habt uns für dieses Tier verraten, Commander Ihr seid es, der kein wahrer Mandalorianer ist Wie geil hier auch immer umfallen Richtig schön grazil Oh, was mach ich denn da? Was mach ich denn da? Was macht die da? Was ist die eingestellt? Was für das? Ich bin da dran Ich bin da dran Ich bin da dran Ich bin da dran Ne Das wäre auf jeden Fall nicht so schlau Es geschieht mir recht, dass ich hier sterbe, umgeben von meinen Fehlschlägen. Taro darf die große Jagd nicht gewinnen. Ansonsten werden andere seinem Beispiel folgen. War Autotext gemacht von selber? Wie macht man das denn? Mein Volk darf seine Ehre nicht vergessen. Was? Autotext ging doch mal auf dem Anlass, ne? Die musste man aufklicken auf die jeweilige Taste. Autotext? Autotext. Autotext. Ich muss ja nicht immer die Fähigkeiten mal andrücken. Rechtsklick. Ich werde Taro aufhalten. Der Rest liegt bei den Valorianern. Ich habe ja auch gedacht, aber mir macht sie gar nichts. Dann wird das drücken. Solange ihr nicht an etwas glaubt, seid ihr nur eine leere Hülle oder ein tollwütiger Hund. Letztendlich ist eure Würde das Einzige, was euch bleibt. Taro hat so einen großen Lehrmeister nicht verdient. Wirklich nicht. Wenn wir ihn je wiedersehen, sage ich ihm das, bevor ich ihn wegblase. Hulas. Häuschen. Okay, ja, und dann wieder zurück. Was ist da, glaub ich, ne? Ja. Joa. Wo muss man jetzt nochmal hin? Muss wieder aufs Schiff. Ja, ja, ich auch. Wo muss man da hin vor der Schnellreise? Äh, Raumhafen, Mezzini. Oben, also nicht ganz oben links, sondern bis heute rechts. Schnelltot. Ich bin schwer vergessen, mein Dings checken. Mein Postfach. Äh, wo ist mein Schiff? Wort hier? Ja, war das. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt machst du aber keinen Mumbitz auf meinem Schiff, Maden. Ich würde seine hier... Doch. Nein. Wer hat dich verfolgt? Ah, Flashpoint bringt wenigstens viel Erfahrung, ne? Du kannst voll schnell Level steigen durch die Flashpoints, weil die auch hochgesetzt werden, die Erfahrungspunkte. Ja, ist richtig. Auf welchen Paletten seid ihr denn jetzt? Weiß ich nicht, wo ich ihn muss. Ich bin noch auf Narsha da, aber ich benutze jetzt das Holo-Terminal und dann fliege ich zur Flotte. Hier ist gerade erst gelandet. Jetzt, wo wir uns keine Sorgen machen müssen, dass Taros Bräume und Zinsen nicht versauen. Jetzt kriege ich ein Lichtschwert geschenkt. Wie geil ist das denn? Ich habe auch noch so ein Lichtschwert, so eins, was auch im Film vorkommt. Da dieses... Na, sieh mal einer... Echt? Sauber mein Glück mit den Sachen. Junge, Junge. Das ist üblich viel wert. Ja. Ja. 20.000 Euro. Ähm. Aggressiv ist ein gelüftetes Lichtschwert, habe ich. Lass mal gucken im Zonshaus. Bei der Schlacht von Coruscant hat Jarro alleine über 100 mandalorianische Soldaten ins Jenseits befördert. Es heißt, dass er an Bord des republikanischen Kreuzers Aurora ist. Wohin auch du dich als nächstes begibst? Du musst Jarro und die Aurora vernichten, um diese Jagd zu beenden. Ich allein gegen einen Kampfkreuz, Servi? Ja, genau. Vielleicht behalte ich ihn als Erinnerungsstück. Du bist süß, Schätzchen, aber du kannst ihn nicht behalten. Sobald du auf der Aurora bist, musst du ihren Hyperantriebsregulator im Maschinenraum in die Luft jagen. Er schützt das Schiff vor den gewaltigen... Ich finde die alten Dinger cooler als die Dinger. Die Idee war nicht ganz cool. Die ist wirklich ganz cool, aber... Hätte man vielleicht mal anders ausschmücken können. Anscheinend haben sie alle Details ausgesprochen. Weißt du eigentlich, deswegen heißt es auch entlüftet. Das ist eigentlich nur so eine Lüftung. Das benutzt man so als Schutz, wie die alten Schwerter halt. Ja, aber stell dir vor, da kommst du dann gegen die Rüstung gegen... Ach, ich hab ein Brandloch schon wieder in der Brust. Ah, das, 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 das passiert ja nicht. Als je, du hast es... Du bist ja King, ne? Ja, King dem Ding. Ach, Aurora, du auch, ne? Ja. Aurora. Ja, die Aurora. Das ist ein Schiff, oder was? Ah. Geht ihr jetzt in die Flotte, oder was von den Gegnern? So, gehen wir jetzt... Ähm... Flotte zusammen, oder? Wo gehen wir hin? Äh, ja, wir hatten brauchen ja noch ein bisschen, ne? Dann können wir das ruhig eigentlich noch machen. Bis wir zum nächsten Planeten müssen, würde ich sagen. Was ist denn die Aurora? Aurora, da ist die Aurora. Akte Marko am Steuer. Machen wir die mal fertig, wa? Koordinaten der Aurora. Voraussichtliche Ankunft in zwei Minuten. Alle Mann auf die Posten. Das freut mich schon wieder vor. Wie kann man einen Repeater mit einem Repeater verbinden? Au, ey. Hey, hier steht sprechen mit dem Captain irgendwas. Jetzt drücke ich hier das Terminal an, wo es mir anzeigt. Aber jetzt geht's nicht. Ich glaube nicht, dass sie uns schon entdeckt haben. Mal sehen, was in ihrer Kommunikation finden kann. Geht nichts, Kloy. Na, sowas. Das Schiff ist im Alarmzustand. Sie haben einen Eindringling gefangen genommen. Scheinbar ein imperialer Anschlag auf den Jedi-Meister. Sieht aus, als gäbe es einen Grund, wie viel dumm ist das denn mit dir schon beschenkt. ...arbeit immer andere hat machen lassen. Man fragt sich fast, wie er überhaupt so weit... Was zur... Wir sind in einem Traktorstrahl. Besser also. Unidentifiziertes Schiff. Hier ist der republikanische Kreuzer Aurora. Ihr befindet euch in einer Sperrzone. Ihr werdet an Bord gebracht und einer Befragung unterzogen. Bei jeglichem Widerstand wird sofort das Feuer eröffnet. Also, was jetzt? Wir bleiben ruhig und lassen uns an Bord bringen. Es spricht nichts dagegen, ruhig zu bleiben. Wir hätten sowieso keine Chance gegen einen Kreuzer. Na schön, Taro. Wir kommen. Ich ziehe erstmal was an, Fräulein. Gleich große Klappe, und dann... Oh... So... So... Okay... 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 Untertitelung des ZDF, 2020